so und damit herzlich willkommen zu einem weiteren video auf dem kanal heute probieren wir mal hopper aus von sweetgaming lc wenn ihr es nicht findet müsst ihr dann wirklich nach sweetgaming lc suchen bis er die linke wand trifft so bewege den ball nach rechts bis er die rechte wand trifft nachdem wir jetzt manche ausprobiert haben was ein side scrolling jump and run war machen wir jetzt mal das hier das ist hopper hopper wir machen dieses mal wirklich abwechseln oh mein na das wollte ich freuen jetzt dass mich das mal reinkommen du hast vorhin hast du so lange manche erst mal gespielt jetzt mache ich auch mal jetzt fangen wir an minuten zu zählen ok und das war nicht gut das ist gar nicht so einfach das habe ich nicht geschafft das ist aber einfach jetzt hier war okay verdammt ein versuch aber 47 prozent habe ich schon geschafft okay also das ist jetzt erst mal mein versuch und dann kommen wir mal beim herrn sofort zuschauen wie toll er hopper kann so und 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 bis jetzt sieht das ganze noch okay okay das war der wieder der falsche ich bin ein bisschen weiter glaube ich was jetzt was waren das spiel stützer und dann bin ich dran ich bin so weit gekommen jetzt ja das ist ja ich war so weit gekommen ich will diese folge hallo der pro dass ich nicht lache so okay keine ahnung keine ahnung ich muss dahin wieder vorbei gesprungen warum du musst ins mittlere sagen nein das mittlere habe ich vorhin schon genommen ist auch nicht gepasst ich kann da jetzt nicht so ich musste die gleich angucken bei mir so schlimm ich bin erstmal bei mir bei uns hat man das kann eben nicht mal sehen diese zwei mit der schweizungen ja jetzt bin ich tot super jetzt habe ich drauf gekriegt jetzt bin ich in der dinge so jetzt gucke ich mal bei dir zu mal schauen wie gut der herr so vor ich gucke jetzt einfach mal davon auf dem bildschirm kommentiert bitte ich kann nicht so okay da kommt er das erste mal ja so einfach und 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 da ist es schon runtergefallen ist nicht so einfach so einfach mal was ist das das sah bei mir aber viel professioneller aus schon beim ersten versuch okay das war gut und jetzt wieder auf die kante gesprungen gesammelte ringe 7 von 89 du bist jetzt schon tot oder was ja schön das hast du gut das ist hey profi mr pro gefällt mir wie mehr und das ist witzig auf jeden fall ja unser progamer nein was ist denn das wasser bist du schon wieder tot abgestürzt abgestürzt okay okay so okay hey dein tablet ist zu nahm so okay nächster try so das hier das hier okay nächster try mega funny hm und ihr merkt wir sind die absoluten progamer wir haben es voll drauf ey jetzt ist mal synchron ne doch nicht na aber fast so und oh mein gott oh ich hab schon gedacht er ist jetzt schon vorbei oh und das sieht bis jetzt noch okay aus und oh oh da dreht er sich nochmal zum schluss rein hier wahnsinn coole sache und damit gefühlvoll über die dinge gerechnet jetzt bin ich gespannt jetzt bin ich gespannt hat es render tatsächlich der mittlere hat den mittleren genommen und hat es tatsächlich geschafft hat wenigstens ein paar von den ringen mitgenommen was mir wohl nicht ein einziges mal gelungen ist sensationell gespielt und das ist da sieht man den richtigen minecraft jump and run spieler auf die kante trotzdem noch gerettet sensationell er kommt weiter er kommt weiter als ich ich glaube du bist weiter als ich du bist wirklich weiter als ich oh mein gott alter das ist wahnsinn du schaffst das jetzt haben wir den pro gamer am start jetzt haben wir den pro gamer am start schon wieder das ist natürlich nicht gut das ist keine gute werbung gerade schade eigentlich aber es macht auf jeden fall spaß wenn es nicht so oft was noch ein versuch ja du das muss ich jetzt ehrlich zugeben du bist besser als ich okay ich war schon immer besser als du auch schon als ich in die windel noch gemacht habe ich schreib mal bitte in die kommentare welche pizza eure lieblingspizza ist mich mal interessieren und wir essen später noch pizza ja ja und jump jump sehr gut und da geht ja das sieht schon deutlich viel besser oder bist du bist tot was ist da passiert ist direkt neben mir pass lieber menschen die drohung jetzt ausgesprochen die drohung ausgesprochen bis jetzt noch alle ringe und gut ja den einen hatte jetzt ausgelassen aber bis jetzt sieht es noch sehr gut aus ja und jam 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 oh mein gott auf die kante noch gesprungen aber hat die kurve noch gekriegt und wieder den mittleren ihr müsst denn wenn ihr spielt den mittleren nehmen man schon wieder abgestürzt na gut okay also das spiel ist noch nicht so ganz ausgereift so wie es aussieht zu mir dann also bis zum nächsten video rein und tschüss